Das gab mir auch ein Mikro voran. Hat sie. Friedhelm, du hattest dazu diesen gelben Zettel, ne? Ich dachte, hab ich mich selber. Was ist das? Was ist das? Hallo, meine Lieben. Ich bin hier von Marschall. Wir freuen uns, dass wir heute unsere Nachtsferde vorstellen dürfen. In erster Linie die Sensitive Lektionen in euch rüberbringen. Für die meisten, die ich ein bisschen aufregend wegen des Publikums. Aber... Alle müssen mal von vorne anfangen. Zu Hause können die das alle. Und jetzt versuchen wir das mal für euch. Wir sind hier... Es sind alles Reitspieler von mir. Das ist der Bibe, der gerade gestiegen ist, mit der Toni. Hier vor mir ist der Arabus, diese Daimus mit Dörte. Am Wagen sitzt Sandra Plasser. Eine Züchterin, Trainerin aus Österreich. Extra 1000 Kilometer angereist hier. Ja, da kommt der Eizte her. Das ist der Eizte. In Österreich, die Körte, Decken, die Tschöner. Ich steig jetzt mal ab, Sörte. Ihr fahrt weiter. Und dann erkläre ich euch mal, was wir hier treiben. Die Ausbildung ist sehr vielseitig. Vom Boden, wie Ela mit Barockpinto. Über Wagen, unserem Sattel, die zezensischen Lektionen. Das ist hier Jasmin vom Barockpferdehof Lier in Berlin. Er kann das zu Hause alles. Wir machen ganz viel Training. Das ist vor Publikum, auf dem Rasen alles ein bisschen anders. Steigen lernt er auch gerade. Es geht nicht hin am Wochenende. Es dauert alles lang. Reite ein bisschen locker, Jasmin. Für eineinhalb Jahre arbeite ich ungefähr mit dem Pferd. Er kann alle zezensischen Lektionen zu Hause. Der Wiebel, der schweigt spektakulär. Das Lädel da oben, die Toni. Ist 16 Jahre alt. Hat ganz viel Spaß. Da ist der Arcado. Das ist natürlich unser Aushängeschild. Der sitzt wie ein Einser. Einzel mit zu einer. Der berühmte Einzel. Alex. Alex. Hier. Alex. Es ist auch ziemlich warm hier. Alles. Einzel. Hier. Hallo. Ihr habt das alles auf Facebook schon mal gesehen. Glaube ich. Komm mal, Ali. Komm mal. Er macht das gleich nochmal. Es ist wirklich ziemlich sperrig. Von zezensischen Lektionen bis zu einem Scho fährt. Das dauert ganz, ganz viele Jahre. Nicht Wochen, nicht Monate, Jahre. Deswegen stehe ich jetzt hier auch am Boden. Down. 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 Huh. Er liegt. Er sitzt. Aber jetzt Angst vor euch. Dann haben wir hier Eiko. Der ist vorhin schon bei der Queen mit Christine mitgerissen. Mit den vielen Tänzern. Eine und halb Jahre war mir. Er ist schon ein bisschen älter. Kann man pass? Ja. Er hat auch jetzt mittlerweile sämtliche zezensischen Lektionen gelernt. Das Team ist auch sehr ehrgeizig. Sie übt immer fleißig. Und schön ist es, wenn man auch immer dabei bleibt. Ja. Keiner Junge. Nein. Der Maute ist sechs Jahre alt. Seit einem Jahr erst unterm Sattel. Der hat noch nie viele Menschen gesehen wie heute. Aber man muss damit ja mal anfangen. Der kann auch Kompliment liegen. Aber ehrlich gesagt, Toni, wir machen das gleich noch mal zusammen. Ich finde das immer toll, dass ich die hier mitnehmen darf. Bevor wir zur Appassionata reisen. Dass sie das einfach üben kann. Toni, wir lassen ihn in Liebe noch mal richtig hochsteigen. Sie kann das auch allein, wenn ich da vorstehe. Ein bisschen wenig. Geht das besser? Seien, der Junge. Und noch mal. Hier bleibt Toni. Bleib mal hier. So. Jetzt gehen wir mal zu Akaro. Der liegt, der sitzt, der macht alles. Das Steigen, das wollen wir jetzt auch ein bisschen höher machen. Aufpassen, Hila. Akaro. Hui, toller Junge. Das war schon. Ich finde das schon ziemlich gut. Daimus ist ein Arabokrises am Wagen. Der ist gerade fünf Jahre alt. Er kann auch piafrieren am Wagen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt macht. Daimus. Annehmen. Komm. Annehmen. Pup, pup. Komm. Komm. Annehmen. Annehmen. Drücknehmen. Die pflichten immer ganz gerne von mir. Er auch. Den wollen wir noch einmal hinlegen. Einmal auf der Diesel. Ganz was anderes als in der Halle. Die Karte. Down. 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 Er will nicht. Ihr nehmt es ihm aber nicht übel, oder? Ja? Ihr glaubt mir, dass er das kann. Ja? Okay. Dann reift ihr euch mal alle wieder ein in die Abteilung. Ich spring mal auf meine Kutsche. Mal ein kleiner Einblick in die Arbeit mit den jungen Pferden. Anfang von den sezensischen Lektionen. Danke Sandra Platter aus Österreich. Danke Sarah Pferdow, mir aus Berlin angeweist. Danke. Danke meine Mädels. Danke liebe Publikum. Und nächstes Jahr, kennen die das schon? Und dann sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Und jetzt soll die Klinge mal raus hier. Huuu. Lass damit. Wah. Schneller Gerte. Nicht erfahreien. Unreißen. Huuu. 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 Gaby Schumann und die Team mit der Sezente. So und gleich wird spannend. Huuu. Die Reiter, die da kommen, die sind nicht so fit. Die haben wir aus dem Kindergarten geholt. Huuu. 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 Huuu.